Yo Leute und willkommen zu einem neuen wirklich Blind Display und zwar ihr seht es schon im Titel und überall sonst, deswegen brauche ich es nicht groß erklären, der Eurotrack Simulator 2, ja 2, ja, haben meine Brüder gekauft, habe ich mir mal installiert und dann spiele ich jetzt wirklich blind, ich will gucken ob man dieses Spiel, ich habe das, ja, beim PC kaputt war ich das ein bisschen gespielt, aber ich kenne das Spiel nicht wirklich, deswegen ist dieses Spiel so gesehen eigentlich wirklich noch ziemlich blind und habe gedacht, was ist, wenn ich es wirklich blind spiele, das will ich jetzt mit euch herausfinden, so, ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil ich hier jetzt nur vor und zurück kann und steuern kann ich mit der Maus hier, deswegen würde ich mal sagen, wir fahren los, ich habe gesehen, wir müssen erst nach links und dann nach rechts und dann weiß ich nicht weiter, wir schauen jetzt einfach mal, wie weit wir kommen, da habe ich irgendwie jemanden gerammt, das ist echt schwer richtig zu fahren, wenn man blind spielt, also mein Ziel hier natürlich ist dabei, den Auftrag erfolgreich auszuführen, ich komme jetzt allerdings nicht mehr weiter So, ich drehe jetzt wahrscheinlich gerade, da bin ich irgendwo gegen gefahren, Moment, eben rückwärts, so und jetzt, ah, ja, es ist wirklich schwer blind, äh, richtig zu fahren, hallo? Was ist denn jetzt los? Hallo? Achso! Ähm, Da fug? Ja, Leute, da seht ihr, was passiert, wenn man den Eurotrack-Simulator blind spielt, das ganze Spiel stürzt ab. Gut, äh, das war's dann mit diesem Blind-Netzplay, verabschiede ich blind, bis zum nächsten Mal, Leute, bisschen kurz heute, was soll's, tschüss! Äh, äh...